Ich habe keine Ahnung, ob sich das jetzt jemand anschauen wird. Ich werde es jetzt trotzdem hochladen. Das wird jetzt wahrscheinlich das letzte Video sein, das ich machen werde. Ich werde demnächst 28. Ich habe keine Freunde, bin gelang zeitarbeitslos und lebe noch immer bei meinen Eltern. Kurz gefasst, ich führe ein wirklich erbärmliches Leben. Und das schon lange vor Corona. Ich kann mich nicht an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo es mir mal dauerhaft gut ging. Jeder Tag für mich ist wie ein Déjà-vu. Ich stehe morgens auf, frühstücke und gehe Zähneputzen. Dann verkrieche ich mich in meinem Zimmer und zocke entweder den ganzen Tag oder schaue mir stundenlang YouTube-Videos an. Mit meinen Eltern tausche ich mich so gut wie gar nicht aus. Ich wünsche ihnen schon lange nicht mehr eine gute Nacht oder einen guten Morgen, wenn ich sie sehe. Wir leben zwar zusammen, aber ich habe den Draht zu ihnen mit der Zeit komplett verloren. Ich habe meinen Eltern nichts zu sagen. Und selbst wenn, habe ich auch keine Lust mit ihnen zu reden. Für sie bin ich sowieso nur eine einzige Enttäuschung. Eine gescheiterte Existenz. Sie haben jetzt zu mir gesagt, dass sie mich bald rauswerfen werden. Wenn ich mir nicht bald einen Job suche und finde. Ich hatte bis jetzt in meinem Leben zwei Jobs, bei denen ich länger als ein Jahr geblieben bin. Scheinbar bin ich nicht in der Lage, länger durchzuhalten. Ich habe für Firmen gearbeitet, für die ich nicht arbeiten wollte. Nur um meine Eltern zufriedenzustellen. Aber asiatische Eltern stolz zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Asiaten unter euch wissen das. Da ist es eher wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Ich meine, das fing schon damals an, als wir noch kleine Kinder waren. Asiatische Kinder werden ständig zu Hochleistungen gepusht. Waren die Eltern meiner weißen Freunde mit einer drei zufrieden, habe ich mich nicht getraut, mit derselben Note zu mir nach Hause zu gehen. Ich habe gewusst, dass ich Stress bekommen würde. Nicht einmal mit einer zwei wären sie zufrieden gewesen. Was willst du mit einer zwei? Soll ich dir für diese Scheißnote etwa applaudieren oder was? Geh wieder in dein Zimmer lernen und komm erst wieder raus, wenn du ein Eins geschrieben hast. In der Unterstufe, während meiner Gymnasiumzeit, ging es mir dann richtig schlecht. In der dritten Klasse hatte ich dann das erste Mal eine Fünf geschrieben. Was in Österreich die schlechteste Note ist, die man bekommen kann. Zu Hause war die Hölle los. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war es das erste Mal, dass sich eine depressive Phase und erste Suizidgedanken entwickelt hatte. Asiatische Eltern sind die Meister darin, ihren Kindern jegliches Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu nehmen. Wenn man etwas falsch macht, wird man sofort mit Tieren verglichen. Wenn man es gewagt hatte, seinen Eltern zu widersprechen, gab es auch schon mal Ohrfeigen. Asiatischen Kindern bringt man von klein auf bei, zu gehorchen und Autoritäten nicht in Frage zu stellen. Vielleicht bin ich deshalb heute nicht in der Lage, Selbstentscheidungen zu treffen, weil ich ständig das Gefühl habe, die Erlaubnis meiner Eltern zu brauchen, um ja nichts falsch zu machen oder sogar anzuecken. Ich meine, seid ihr schon mal auf eine Demonstration von den Asiaten gestoßen? Ich meine jetzt nicht bei Corona, da bekommt man als Asiate nur rassistische Anfeindungen zu spüren. Nein, ich meine jetzt bei den anderen tausend Demonstrationen, die jährlich stattfinden. Keinen einzigen Asiaten, oder? Jetzt wisst ihr auch warum. Asiatischen Kindern werden von klein auf zu gefühllosen Maschinen erzogen. Man braucht sich nur die Statistik in asiatischen Ländern anschauen. Der Asiate arbeitet im Durchschnitt länger am Tag als wir im Westen. Kinder sind im Durchschnitt länger in der Schule als wir hier im Westen. Spaß ist nicht wichtig, Geld ist wichtig. Als bei mir die schlechten Noten anfingen und ich dann auch noch zum Entsetzen meiner Eltern ein paar Mal die Klasse wiederholen musste, war es dann komplett vorbei. Ich hätte nicht einmal in meinen Träumen daran gedacht, meinen Eltern um Erlaubnis zu fragen, mit meinen Freunden etwas zu unternehmen zu dürfen oder ob es zu Weihnachten Geschenke gäbe. Jetzt bin ich fast 28, leider unter einer sozialen Phobie und bin heute nicht in der Lage, mich allen Menschen zu nähern, geschweige denn näher zuzulassen. Aber das ist sicherlich nicht nur die Schuld meiner Eltern. Denn dass ich während meiner Schulzeit das Mopping-Opfer war und auf meinen Schulwegen ständig rassistische Bemerkungen von fremden Menschen ergehen lassen musste, haben sicher ihr Übriges getan. Meine Eltern waren damals einfach nicht in der Lage, mich zu beschützen. Stattdessen sagte meine Mutter nur, dein Vater wird auch immer nur ausgegrenzt in der Firma. Dein Vater muss ständig die Überstunden machen und die Lorbeeren streichen dann trotzdem seine weißen Kollegen ein. Finde dich da mit ab. Wir sind halt Ausländer. Und das ist das Schicksal eines jeden Ausländers. Ich habe also gelernt, es mit der Zeit zu erdulden und zu ertragen. Es wurde erst besser, als wir umgezogen sind. In ein anderes Bundesland, in eine andere Stadt. Aber da war es dann schon zu spät. Und der Schaden wurde angerichtet. Heute fühle ich einfach gar nichts mehr. Mir sind alle Menschen auf der Welt vollkommen gleichgültig. Auch die Menschen, die mir vermeintlich am nächsten stehen. An den seltenen Tagen, wenn ich mich doch dazu beraten kann, rauszugehen, versuche ich mir nicht anmerken zu lassen, dass mir eigentlich die komplette Welt egal ist. Ich setze dann immer ein falsches Lächeln auf. Das sieht dann ungefähr so aus. Mir ist einfach nicht zu lachen zumute. Beim Spazierengehen lasse ich ständig die Schulter hängen. Ich schaffe es nicht, meinen Körper anzuspannen. Meine Blicke richten sich immer Richtung Boden. Versuche Augenkontakt mit anderen Menschen so gut wie es geht zu vermeiden. Ich gebe mich keiner Illusion hin. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, lässt mich ziemlich unattraktiv wirken. Und ich glaube sowieso nicht, dass ich jemals eine Partnerin fürs Leben finden werde. Ich bin ein seelischer Schwack. Ich bin innerlich so kaputt und ich kann auch nicht mehr. Ich glaube auch nicht mehr daran, dass man mir noch helfen kann. Ich habe mich schon seit einer langen Zeit vom Arbeitsmarktservice abgemeldet. Das heißt, ich bin auch nicht mehr versichert, damit ich dem Staat nicht mehr zur Last falle und keiner unangenehmen Anrufe mehr entgegennehmen muss. Stattdessen falle ich meinen Eltern zur Last. Und sie lassen mich das regelmäßig mit ihren kalten Blicken auch zu spüren. Es tut mir leid, dass ich so ein Versager bin und dass ich nichts auf die Reihe bekomme. Aber das soll jetzt auch alles egal sein. Ich habe mich letztens im Internet nach einer humanen Sterbemethode informiert. Eine Überdosis Chloroquine in Kombination mit Diazepam soll die Magie bewirken. Und es ist auch ziemlich leicht, das über das Internet zu bestellen. Und wenn ich nicht so ein Feigling wäre, hätte ich es auch schon längst bestellt. Was ist nur los mit mir? Obwohl ich mir jetzt etliche Informationen geholt habe, bin ich nicht in der Lage, den finalen Schritt zu gehen. In diesen Momenten wünsche ich mir tatsächlich eine Maschine zu sein. Und einfach den Ausschaltknopf zu drücken.